Ich habe übrigens meine Aufnahme mal gestartet, also Hallo und Herzlich Willkommen. Ach ja, richtig. Hallo, Herzlich Willkommen. Hallo, Herzlich Willkommen. Wir sind immer noch die Chaoten-Truppe aus den letzten drei Folgen, also da hat sich nichts gern. Hallo und Herzlich Willkommen. Hallo und Herzlich Willkommen. Wie man dich immer unterfricht. Hallo Sam. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Queech. Hallo, Queech. Hallo, du bist Queech. Oh, da ist noch Kaffee drin. Oh, ich habe Gott sei Dank nicht mehr den langsamsten Rechnen. Bestimmt so ein Teller mit Nudeln auf dem Boden, schon voll mit Fusseln. Oh, da ist noch Kaffee drin. Bring mir eins mit, Tick bitte. Könnt ihr eins vertragen. Ich nehme auch eins. Komm, Max, so schlimm sind wir doch gar nicht. Na, doch nicht so schlimm. Das hat ja mit euch nichts zu tun. Ich glaube, ich werde mir auch so eine Brille holen, wie Thermite einer hat. Die sieht gut aus, ne? Das ist einfach nur stylisch. So kannst du rausgehen und sagen... Hi. Ich bin der Boss. Ich sehe nichts mehr. Aber nur einen Dunkeln tragen, bitte. Ja. Hi, ich habe meine Fedora vergessen. Ich habe vergessen. Geisel. Geisel, aber geht. Oh. Oh. Fuse, hast du mal Quietsch genommen. Äh, andersrum. Na ja, meine Wahl war da auch nicht gerade viel klüger. Ja, doch. Zum Zimmer aufmachen geht ja schon, aber... Mann, wo geht's denn hier rein jetzt, ey? Ich bin drin, aber... Ich habe das Zimmer. Ich habe die Leute gefunden. Ich habe Menschen gefunden. Hi. Aua. Man, bis der mich trifft, ey. Warum sagt mir denn keiner, dass... ...dass ich dumm bin? Ich bin noch ein... ...mit der Original-Sweet-Bier auf dem Karton. Guck mal nach rechts. Toll. Jetzt gucke ich mir einen Geisel-Hintern an. Bist doch schön. Hallo, das war ich. Wie stolz er auch darauf ist. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Warte, warte. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Was ist das? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, die ist noch 40 Meter weg. Ich bring dich um, wenn du die Geisel kaputt machst. Aber wir einfach überall rein fust, ne? Der läuft einfach nur von Fenster zu Fenster. Ja. Das war das komplett falsche Gebäude. Ich will auch noch irgendwo reinsprengen. Ja, warte mal. Ich mach das mal. Ah. Wo? 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 Oh. Hallo, Valkyrie. Die Valkyrie ist ein bisschen weiter weg von der Geisel. Macht euch keine Gedanken. Also irgendwas hat mich hier auch eben schon böse gehittet. Ich hab nur... Ja, kein Problem. Ich bin drin. Ich hab da drei. Hattest du geradeaus? Nein, hab ich schon. Achso. Da! Verdammt. Ich hab die Valkyrie gefunden. Also sie mich besser gesagt. Warte, Quitsch. Lauf, lauf, lauf. Komm hinter uns. Hab sie. Ja! Nein, ich hab sie. Ich kann hier nicht weiterlaufen. Hast du sie? Ja. Ach Mist. Ich dachte, ich hätte sie. Nee, ich hab sie in meiner Wildenschießerei noch erwischt. Aus 20 Millimeter Entfernung... Wer hat mir jetzt meinen Ace kaputt gemacht, Quitsch? Ich? Nicht. Aus, aus. Sorry, Björn. Ja, macht nix. Also, aus 20 Millimeter Entfernung sie erschießen, ja klar. Kann ich auch. Aber ich hab durch die halbe Map... Zwar nicht getroffen, aber... Schellt halt überall rein. Okay, das klingt jetzt so, wie es... Also, vor elf Jahren hättest du noch sagen können, ja... Passt so die Aussage. Ich hab übrigens auch die Keisel angeschossen. Brudel! Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Ah, die Küche kenn ich. Hier kann man kochen. Ja, machst du was zu essen? Ja, ich würd' ich. Gibt's wieder nur Suppe bei Quitsch? Ist immer nur Suppe. Suppe ist geil, man. So. So! Mir erst mal die Füße durchlöchert, so. Gar nicht. Hab ich dich getroffen? Nein, 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 nein. Aber fast vor mir den Boden. Ja, da... Fast vor mir den Boden getroffen. Ach, mal dein Gott. Fast vor dir den Boden. Wie hab ich denn fast den Boden getroffen? Ich hab' nach unten gezogen. Noch fünf Sekunden. Das Glöcher hatte ich auch von uns. Gute Arbeit. Ich war schneller. Ich war schneller. Also kant. Ach so, da ist ja schon ne Kamera. Ich weiß mal ne Runde. Ey, kann man hier noch irgendwo sinnvoll Kameras platzieren? Ah, hier. An der Decke. Aufm Klo. Aufm Damenklo. Platziere Stacheldraht. Ähm, ja. Ja. Macht man so. Dame oder Damenklo. Oh, meine Güte. Ach, hier ist wieder mein Lüftungsschacht. Verdammt. Das hab ich jetzt natürlich verpasst. Bin hier grad mal am suchen, wo die überall herkommen könnten. Liberal. Oh, von hier! Shit! Nice Fuse. Die sind in dem Innenhof. Einer. Die sind einer. In dem Innenhof, hab ich gesagt. Da genau. Guck mal, was ich so seh. Da krieg ich auch so nen Lümmel. Lass auf. Da. Hab ich markiert, Björn, bei dir quasi durch die Wand. Oh. Hinter dir. Ach, da. Okay. Jetzt ist er weg. Oh, ihr habt die getroffen. Da ist noch einer gewesen. Der sitzt quietsch vor dir. Rechte Hand. Warte, soll ich markieren? Da kommt er. Und einer ist... Am anderen Ende vom Zimmer. Nochmal. Ah, Mist. Oh, das... Habt ihr euch jetzt... Ja. Aber mit mir. Voreinander. Ein Operator. Topsi Hellehö. Ich bin gescheitert. Bitte was? Oder so ähnlich. Der war zwei am Eingang und der eine ist um meine Falle getappt. Topsi Hellehö. Griechisch. Und dafür bist du in seinen Kopfschuss getappt. Topsi Hellehö. Ja, ja, ja. Ach nein, nein, nein. Mann. Topsi Hellehö. Ja. Ein sehr damenlastige Runde. Ja, Blackbeard. Bug. Ja. Also. Femininer geht doch nicht mehr, oder? Mh. Wenn da jetzt dann mein Donation-Goal in den neuen Rechner für Morgs. Ne, ne. Rechnen ist das Ding. Wenn du einen besseren Rechner willst, dann reichen zwei Euro. Alles andere ist droppig. Der Raspberry Pi 3 kostet ein bisschen mehr. 35 oder so. Wo geht es hier rein? Bin ganz unten. Aber ein 486er kriegst du doch für zwei Euro. Hätt noch ein Amiga. Habst du gefunden? Sehr gut, meine Nase juckt. Äh. Ja. Ah, oben. Gut. Oh. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Oh. Da der. Der Kipp. Geisel gesichtet. Sitzgewehrschild ein. Schockdrohne eingesetzt. Haben wir Fuse dabei? Ne, ne? Nein. Ne, leider nicht. Ach, Mist. Warte mal. Achtung, Explosion! Boah, Quietch steppt hinter mir. Oh, Dineros, Dineros kommt im Radio. Oh, Dineros. der hätte mich gar nicht sehen dürfen noch eins tot warte ich hab flash okay da hat er mich doch gesehen ist der ist die rein rechts ich hab nur blendgranaten ich kann ihn höchstens nur dreimal blenden hinterm schild richtung fenster der liegt glaube ich der liegt hinter dem schild der liegt verletzt ja manchmal muss sein fürs team nehmen ich hab dich nicht getötet ich hab dir nur das ein angeschossen mir hast du mir angeschossen ja bei moxen denke ich gerade husten sie mal meinst du der ekg der sich den handschuh überstülpt ne ja genau ich weiß die mir hat die kommt irgendwie komisch so ja schon ein bisschen ja ja und deine mutter guck mal wenigstens hat die geise geht es mir gemütlich ja ist es im sofa oder was 20 prozent schwund musste rechnen ich hoffe ihr habt es gehört man verstärkung bereit bärtschmerzen weiß ich nicht aber ich kann helfen beugen sie sich mal ja und dann husten lassen sie mich durch ich bin arzt lassen sie mich arzt ich bin durch und ich habe ich auch ein geiles gesehen lassen sie mich durch ich bin kein arzt ich glotze nur gern oder ich drängel nur gern irgendwo hey vorsichtig jetzt die position der geisel ist bedroht bereit machen wir haben den geisel gefunden so hier ist übrigens der garten ne ne ist er nicht aha hab ich gemischt vor allem du wurdest entdeckt von wem das frage mich auch gerade von dieser drohne man kann ihn oh gott das wollte ich nicht das kann man hinterher immer sagen bin ich jetzt ganz alleine mit der geisel ich bin auch noch da okay wenn jemand hat schon wieder kein ding ich habe ich habe ich auch nicht immer vor allem die erste die geschrien hat ich habe ich habe ihn noch getroffen ich habe ihn nicht getroffen ob sache blut an der wand was achtung sam dort draußen ist glaube ich was ich bin kaputt larry spitzkopf aber wie wenn sie durch die tür kommen sehe ich sie hast du das fenster im blick bzw die andere tür ja 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 frag mich nur wo der war der sam erschossen hat der binsel da draußen rum der hat sich wieder runter geseilen irgendwo können er ist draußen auf der plattform ich habe markiert ja jetzt geht er wieder runter ja ja jetzt ja oder brauchst du selber eigentlich brauche ich selbst kann ich wie kann ich mir nicht die selber geben ich habe noch nie doch gespielt ja verdammt ist egal der kommt ja kannst du ich habe mich nur gerade gefragt wie noch mal aus mausrat glaube ich er ist an der tür mit dem schild ok jetzt müsste er gleich kommen zeit läuft in zehn sekunden ab fünf sekunden übrig drei zwei eins ja 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 jetzt kam er rein da ist er am schießen um bisschen zu spät ach er musste hier noch aufräumen und alles 3 zu 1 gewonnen aber immerhin ja ja wir darfst gemacht irgendwas war da nicht richtig weiß ich nicht aber das sollten wir glaube ich in der nächsten runde einfach nochmal so machen ok also ich saß in der ecke ich bin übrigens MVP ne und ich habe geheilt also vielen dank fürs zuschauen bis zum ou are ja genau bis dann tschüss 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 Bye